Liebe Geschwister, Subhanallah, der Koran ist ein Buch, das mich oft in meinem Leben als Muslim fasziniert hat. Und das besonders Faszinierende an diesem Buch war für mich öfter, dass ich einen Vers gelesen habe, der mein gesamtes Leben verletzt hat. Ich bin über einen Vers gestolpert, habe mich ein bisschen beschäftigt, versucht zu verstehen, was Allah damit meint. Und ab diesem Zeitpunkt war das Leben nicht mehr wie vorher. Ab diesem Zeitpunkt war alles anders. Ein solches Erlebnis habe ich das letzte Mal, letztes Jahr im Sommer. Der eine war in unserem Chef, ich bin im Jahre 2007 das erste Mal damit angefangen, einen Vortrag zu halten. 2007 schon, fast 13 Jahre her. Ganz kurze Geschichte, acht Minuten, wie ich zum Islam gekommen bin. Da gab es noch keinen, weil YouTube war noch gar nicht so bekannt, und hatte noch so kleine Webseiten. Und irgendwann, als dann die sozialen Netzwerke groß wurden, alles voran Facebook, das kam schon feier, habe ich mir eine Facebook-Seite gemacht. 2014 das erste Mal, meine erste Facebook-Seite. Webseiten waren dann schon irgendwie so aus der Mode gekommen. Und es war viel leicht, da viele Menschen zu erreichen. Ich habe meine erste Facebook-Seite gemacht, ein paar einfache Sachen gepostet, und man hat so viele Menschen erreicht. Und letztes Jahr dann kam noch Instagram dazu, aber war ein bisschen zu spät, hab den Zug an den ich verpasst. Aber da habe ich festgestellt, die ganze Jugend ist da. Und man konnte innerhalb kürzester Zeit noch viel mehr Menschen erreichen. Und ich habe letztes Jahr damit angefangen, immer so jeden Tag ein kleines Zitat. Und man hat gesehen, wie sich die Dinge verbreitet hat, und manchmal auch irgendwie Geschwister gesagt haben, hey, das hat mir geholfen, jetzt in dieser einen Situation. Das war genau das, was ich hören musste. Und das ging soweit, dass ich letztes Jahr, ich sag mal im Sommer auch ungefähr, hatte ich dann eine Facebook-Seite mit 44.000 oder 45.000 Followern und eine Instagram-Seite mit 12.000 oder 13.000 Followern insgesamt. Und im Sommer dann lese ich eine Fresse im Programm, und ich habe alle sozialen Netzwerke dicht gemacht. Abgeschaltet. Facebook dicht, Instagram dicht. Und damals habe ich beschlossen, ich kehre nie wieder in diese Welt zurück. Nur mal zu werden. Never. Ich wollte sie meinen wie die Pest. Und auch wenn ich vor kurzem, dass man langsam wieder angefangen hat, privat bin ich nicht mehr unterwegs. Ich habe keine privaten Verkaufung mehr. Ich bin keine Facebook-Gruppen mehr tätig. Ich poste am Tag gleich mit Times-Zifaten. Und was war's? Ich mische mich überhaupt nicht an. Keine Kommentarschlachten mehr. Keine großen Fragen waren von gar nichts. Bis jetzt male ich die Seiten. Wie ist das gekommen? Auslöser dafür war nur ein einziger Fressenverfahren. Bis jetzt bin ich aufgewachsen in einer Zeit, da gab es noch überhaupt kein Internet. So was wie Facebook, YouTube, über alles gab es gar nicht. Auch kein Wikipedia-Hausaufgaben zu machen. Also wir hatten es wirklich schwer. Aber wir haben unsere Freunde dann gefunden, so in der Schule. Man hat irgendwie 20 Leute in einer Klasse, und man hat zwei, drei gefunden, die tippten ungefähr so wie hoch. Mit denen haben wir Fußball gespielt, oder ist zusammen in den Tischtennisverein gegangen, oder hat Billard gespielt, oder was auch immer. Aber irgendwie haben sich so Leute zusammengefunden, die halt irgendwie ähnlich drauf waren, ähnlich gedacht haben, ähnliche Hobbys hatten. Das passte schon irgendwie zusammen. Und von den 20 Leuten in der Klasse hatte man immer so ein paar geboten, die haben sich dann gebildet, und so sind halt Freundschaften entstanden. Und man kannte auch nur diese Leute. Also mehr gab es nicht. Der ganz amte Freundeskreis, die Menschen, mit denen man zu tun hatte, das waren die zwei, drei Leute, mit denen man sowieso gut klackt. Hauptsache der Freundschaften. Die ganze Welt da draußen hat ja gar nicht existiert. Und das hat sich natürlich geändert, als das Internet sich verwandelt hat, und jetzt redet man sich bei Facebook an, und man geht in eine Facebook-Gruppe, das war ein Beispiel, und plötzlich sind da 40.000 Leute. Aus ganz Deutschland 40.000. Man hat nicht mehr das, was man früher hatte, so Leute, die ähnlich gedacht haben, mit denen man gut klarkommen, nur links, alles mögliche da. Von bis. Und ich bin in diese sozialen Netzwerke reingekommen, und wie soll man sagen, man liest manchmal die schrägsten Dinge überhaupt. Also Sachen, die man liest, und man denkt so, wie kommt jemand, und sagt ihr Ding, alles mögliche. Die Liste davon hat kein Ende. Ich habe mich das erste Mal auf den sozialen Netzwerken in Diskussionen verspickt, ob die Erde eine Scheibe oder eine Kugel ist. Und nicht was früher. Aber es gibt das da. Es gibt Leute, die sagen das. Chemtrails, Flugzeuge, die wir den Himmel kriegen, und wollen uns alle vergiften. Das ist bekannt, ich bin überall verbreitet. Und Diskussionen darüber. Und jeder meint, er hat selber ein Recht, und der andere ist nicht in der Lage, die Wahrheit zu sehen. Oder ich werde öfter mal gefragt, in der Frage runden, was hältst du von Impfen? Ich beantworte die Frage niemals, weil ich ja oder nein sage, es gibt Krieg. Weil das sind zwei Gruppen, jeder glaubt, er hat die Wahrheit, und es ist unglaublich, wie die aufeinander losgehen. Und jeder meint absolut, er hat Recht, und der andere hat es einfach noch nicht gecheckt. Beauty-Produkte. Da hat meine Frau mit dem zu tun. Ich stelle die Leute, sie wollen irgendwelche Kosmetikartikel, die kosten fünfmal so viel, wie in das normale Geschäft, aber sie retten dann Leben, oder du wirst 120 Jahre alt, oder was auch immer. Alles verbreitet dort, für, pro, contra, dagegen, lauter schlagen. Alle wirklichen Theorien, also wie die Welt funktioniert. Habt vielleicht schon gehört, dass alle Regierungen auf der Welt von den Illuminati regiert werden, und kontrolliert werden, und ferngesteuert, und da gibt es Agenten dafür, die das Geheimdienste machen, oder solche Dinge. Aber nur solche Sachen. Manchmal ist das Sache, ich weiß es nicht, ist manchmal schwer zu beschreiben. Also ich habe ernsthaft Dinge gelesen, das ist Haram, das Tomate zu essen, weil wenn man die Tomate aufschneidet, dann sieht man ein Kreuz. Ernsthaft Dinge. Und das sind Sachen, die man hört, die man der Leute dann verbreitet. Und das ist dieses, wie gesagt, mit den Tomaten habe ich ja nicht von Ihnen jemanden das tatsächlich gelehrt, wie das sagt. Aber das muss nicht unbedingt ein Verlehrter sein. Du hast auch manchmal andere Prediger, mit denen du andere Meinungen hast. Du tickst einfach völlig verschieden. Einige hält man selber für zu übertrieben, die sind es zu streng, und er ist derjenige, er hält dich für zu lachen. Mein Gott, wir können da hellen. Die Religion ist schon was Ernsthaftes. Und schon hast du einen Konflikt. Und die Art und Weise. Einige sagen, der ist zu laut, zu aggressiv, zu provokant. Und der Nächste ist zu leise und zu schüchtern. Man muss mal auf den Tisch schauen und die Wahrheit rauslassen. Dann hast du schon wieder Diskussionen darüber. Oder schräge Aktionen. Manchmal machen Leute so Dinge in der Öffentlichkeit so, wo du denkst, hey, war das wirklich notwendig jetzt? Hat das wirklich uns Muslime weitergebracht? Oder besonders im Gucken ist mir das aufgefallen, es gibt viele Brüder, sie kommen jetzt neu zur Religion. Und ich weiß nicht, sie haben eine Seite und ein Buch gelesen und diese eine Seite, die sie gelesen haben, ist die absolute Wahrheit. Und zwar vertreibt ihnen das auch. Und sie stoßen in einer Facebook-Gruppe auf den Nächsten, der hat keine andere Seite gelesen. Beide kennen eine Seite von einem Buch. Und sie streiten darüber, wer die absolute Wahrheit hat. Und wo jeder nur eine Seite kennt. Altmalen über alle möglichen Themen. Themen der Religion, manchmal komische Dinge, wie eine Ehe funktioniert, wie benimmt sich der Mann oder die Frau oder solche Dinge. Lange listen darüber, was wichtig ist oder was falsch ist. Und immer wieder Diskussionen darüber. Ich sehe manchmal Leute, wo ich denke, okay, das haben sie aus ihrer eigenen Kultur entgebracht. Das ist jetzt, weiß ich nicht, das passt vielleicht nicht so ganz nach Deutschland, aber es wird überall davon breitet. Manchmal siehst du Leute, die haben vielleicht eine komische Geschäftsidee, wo jemand denkt, hey, wie kann man damit Geld verdienen, das kann doch niemals funktionieren. Aber worauf ich hinaus will, du kommst in diese Welt mit diesen 50.000 Leuten, die nicht nur aus deinem kleinen Umfeld, wie früher sind. Und wo entdeckt, die schrägsten Dinge überhaupt. Das ist die Realität, die in der Aussage. Aber was macht man das? Die Leute, die manchmal mit diesen Dingen kommen, das sind ja, wenn man ehrlich ist, das sind ja auch unsere Geschwister, Am Ende sind das unsere Geschwister, das ändert ja nichts daran. Was macht man jetzt mit all diesen Dingen, mit diesen Schrägheiten? Normalerweise würde man ja sagen, hey, das sind unsere Geschwister, das erste, was der Musste tun sollte, ist, der uns Gutes denken, oder? Das ist ein Fundament unserer Religion. Das Beste über den anderen denken. Das Beste für ihn wünschen. Das sind so Sachen in unserer Religion. Brav für ihn machen. Locker darüber hinwegsehen, auch wenn er mal was Konisches sagt. Du brauchst ja weit darauf eingehen. Das sind alles Dinge, Werte von unserer Religion. Der Professor sagt immer, du bist in einer Diskussion und du hast Recht in der Sache. Aber dir ist das Paradies versprochen, wenn du es einfach lässt. Du weißt, dass du Recht hast, aber lass einfach, lass gut sein. Du brauchst nicht mehr darauf eingehen und du bekommst das Paradies. Das ist doch alles wert von unserer Religion. Aber das, was man beobachtet, ist das exakte Gegenteil. Wenn du mal darauf achtest, diese Schräghacken, die man draußen gibt, die man draußen sieht. Das erste, was man heute macht, ist, man macht einen Screenshot davon. irgendwas Logisches. Du siehst die Sache mit der Tomate, die man nicht essen darf, am Kreuz. Fett war gut, davon wir uns essen. Das erste, was du machst, ist ein Screenshot. Dann vertreibst du es unter all deinen Leuten. Schaut mal hier, habt ihr es schon gesehen? Einer meint tatsächlich hier, Tomate und Kreuz, darf man nicht essen. Und die verteilen es weiter. Das ist das erste, was man macht. Oder aber, derjenige, der es postet, du fängst mit ihm direkt erst bei einem Streit an. Was ist das für eine komische Sache, die du hier postest? Das sind ja diese ganzen Diskussionen, die beobachten. Du streikst mit dem selber, wer Recht und wer Unrecht hat. Und untereinander redet man darüber, habt ihr schon gehört? Scherik sagt so und so, der alte Typ, der auch sauer der Haare, dann sagt Y. Der alte Prediger, mein Gott, was hat der wieder gesagt? Das sind so die ganzen Themen, die Beschäftigungen, mit denen man so aufwächst, was man alles so mitbekommt. Tatsächlich ist eines der liebsten Themen in der Jugend heutzutage, wisst ihr, was es ist? Beef unter Molten. Wer streitet sich im Gelegen? Ich kenne das tatsächlich, ich habe früher, bevor ich Muslim war, das ist jetzt vor allem gekurisch, aber ich habe tatsächlich Gangster-Rack gehabt. Das traut man mir meistens nicht zu, aber es war tatsächlich so, man würde mir verzeihen. Da kenne ich das. Ost- und Westküste in Amerika haben sich gestritten, wer die richtige Form von Musik und Rack hat. Und du denkst, mein Gott, also ich bin von da weggekommen, ich dachte, man hat mich davor gerettet. Aber ich komme in diese Religion, und ich sehe das erste, der da das gleiche hat. Aber nicht mit East Coast und West Coast. Hier geht es halt immer entweder Impfen oder Tomaten oder Chemtrails oder was auch immer. Jetzt all diese Dinge, diesen Streit, den man untereinander hat, und diese Reden über die anderen Leute, das ist zum einen eine Sache, sie haben exorbitant zugenommen mit den sozialen Netzwerken. Das ist die andere Sache. Was mich entsetzt hat, ist, dass ich das nicht einfach nur so beobachtet habe. Ich habe jetzt immer euch gesagt, ich sehe das in den sozialen Netzwerken, aber wisst ihr, warum ich das an allererster Stelle gesehen habe, voll an anderen? Bei dir selbst. Das meiste von dem, was ich euch gerade gesagt habe, sind Sachen, die habe ich selber gemacht. Ich rede nicht vor allem, in den sozialen Netzwerken. All das, was ich euch gerade gesagt habe, das sind tatsächlich, das aus meinem eigenen Leben erzählt. Und das, was ich gerade gesagt habe, es ist das, und das habe ich zum Nachhalt gebracht, in einer kurzen Suche im Koran, droht Allah mit der härtesten Form von Jahannan. Für all das, was ich gerade erzählt habe. Alles. Das ist dieser eine Vers, der mich sozusagen nach dem gemacht hat. Der erste Vers von Surat Al-Humasa. Wey lun likul likumasa filil lumasa. Sehr viele kennen die Surat, keine Surat. Nummer 104, eine von den kürzeren. Wey lun likul likumasa filil lumasa. Wenn man das jetzt übersetzt, dann geht die richtige Bedeutung eigentlich verloren. In der deutschen Übersetzung würde es heißen, Wehe jeden Stichler und Verräumler. Aber selbst ich als Allemann kann manchmal nicht so recht verstehen, was man damit meint. Aber wenn man mal in Tassir schaut, dann wird das sehr schnell erklärt. Was ist ein Humas und ein Lumas? Allah redet hier muay lun likul likumasa filil lumasa. Er bedroht Leute, die Humas und Lumas machen. Und was bedeutet Humas und Lumas? Was ist die Bedeutung davon? Der Kern von diesen beiden Worten, die Aussage, die beide verbindet, ist etwas zu brechen. Aber nicht einen Stab, nicht einen Knochen, sondern die Ehre von einem anderen Menschen. Daher kommen diese Wörter Humas und Lumas. Sie werden übersetzt, wenn jemand irgendwie so provoziert und stichelt oder andere verloren wird, aber es trifft es alles nicht genau. Der Kern von diesen beiden Worten ist die Persönlichkeit oder die Ehre von einem anderen zu brechen. Und tatsächlich bedeuten die beiden Wörter mehr oder weniger das Gleiche. Das sind Synonyme. Aber wenn Allah zwei Wörter, die so ähnlich sind, aneinander packt, dann will er Unterschiede zeigen. Und schaut man den Kapsier, dann sieht man, was damit alles gemeint ist. Die Ehre von jemand anderem brechen. Entweder kannst du das machen, indem du es ihm offen ins Gesicht sagst. Du sagst ihm etwas, was seine Ehre verletzt. Egal, ob es richtig ist oder nicht. Spielt keine Rolle. Aber du sagst etwas und du setzt ihn heran. Es trifft ihn. Das ist die eine Bedeutung. Es kann auch hinter die Mücken sein. Ich verletze die Ehre von einem anderen, indem ich mit ihm darüber gehe. Offen oder ins Gesicht. Es kann sein durch Worte oder durch Taten. Es kann sein, dass ich etwas über einen anderen sage, was seine Ehre verletzt, einfach nur durch Worte. Nun mit dem Mund. Es kann aber durch Taten sein, dass ich ihm mal nachmache. Boah, Masala, kennst du den einen Tüten, der redet immer so laut. Oder kennst du den, der hat so einen Bart. Und so weiter. Und die komischen Leute, dann sind die dicke, tanzen die so rum. Das zählt, also das sind die Däger, wovon ihr gesprochen wird. Das zählt so. Es kann sein, dass du das Lachen in Spaß meinst oder ernsthaft. Das macht keinen Unterschied. Es kann sein, dass du wirklich die Absicht hast, jemanden zu beleidigen und ihn zu verletzen. Vielleicht machst du es halt einfach nur als Spaß. Aber was Spaß ist, definieren wir ja heute alles selber. Wir sagen manchmal Dinge, sie verletzen einen anderen und dann sagen wir, hey, das war doch nur als Spaß. Man kann ja das mal sein. Aber er hat das nicht so aufgefasst. Der Punkt ist nicht, ob du das als Spaß gemeint hast. Der Punkt ist, ist es bei ihm so angekommen. All diese Dinge fangen da runter. Es spielt keine Rolle, in welcher Form, in welcher Farbe, wie man das gemeint hat oder was man nicht gemeint hat. Die Erde von jemandem anderen zu verletzen, das ist das, was Allahusw. und das ist das meiste, was von uns draußen fehlt. Aber wir machen das natürlich nicht einfach so ein. Wir wissen das auch. Es ist ja nichts Neues. Wenn ich jetzt hier stehen würde und ich würde euch sagen, es gibt Hadithe darüber, dass man nicht schlecht überhandelt, dann wäre das langweilig, denn das kennt ihr alle. Es ist für niemand etwas Neues. Aber man findet ja seine religiöse Begründung dafür. Und das macht das Ganze noch heißer. Du willst jemanden draußen in einer Facebook-Runde attackieren. Du willst mit ihm einen Streit anfangen und ihm zeigen, wie ahnungslos es ist. Wie schreckt das ist, was er da sagt und was er postet. Wie weit weg, wie falsch und wie halb oder was auch immer. Dann machst du das natürlich nicht mit dieser 80. Du willst ihm ja, und jetzt kommt's, du willst ihm ja nur Naseha geben. Naseha. Und Naseha ist ein Teil unserer Religion. Aber tatsächlich ist für sehr viele Geschwister heute, wenn sie das Wort hören, Naseha ist das ein Alptraum. Wenn einer kommt und sagt, Bruder, ich möchte einem Naseha geben, dann zittern die Leute schon, weil du nicht weißt, was dabei herauskommt. Naseha ist nichts Schönes mehr. Und tatsächlich macht einer das kaum. Und selbst wenn ich es ihm nicht direkt sage, ich sage das einem anderen, das ist ja nicht Lester. Lester wissen ja, Lester ist was Schlimmes. Das ist nicht Lester, das ist ja, du musst ihn ja warnen. Du musst ihn ja warnen und erteilen, was da draußen alles so schlimm und funktioniert. Deswegen musst du das immer warnen. Deswegen musst du den ganzen Abend mit ihm sitzen, musst du mit ihm reden, was diese Bucke macht und dieser Typ gesagt hat und was der eine gepostet hat und schau mal hier, was der wieder geschrieben hat, etc. Dann kannst du den ganzen Abend verbringen, weil du musst ihn ja warnen. Ist ja auch ein Teil der Religion. Wenn ich das noch höre, wie man offensichtlich eine Sache, die nur deinem Ego dient, als eine Rassi hat, das ist nicht noch schlimmer. Ich finde das noch viel schlimmer, als wenn man offen direkt sagen würde, hey, ich wollte ihm nur eins auswischen. Wisst ihr, man kann diese Religion und das Wort Allahs und die Konzepte dieser Religion für so viele hässliche Dinge benutzen und das macht das Ganze noch viel schlimmer. Ich habe vor ein paar Monaten war unsere Spülmaschine kaputt und ich habe eine neue gebracht und die passte nicht ganz. Hinten war ein Fuß abgebrochen. Der funktionierte nicht richtig. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Da fehlte so ein Stück. Ich habe aus dem Bücherregal ein altes Buch genommen. Ungefähr so dick, das passte, ein altes Buch. Ich habe es drunter gestellt und bis jetzt ist das Buch unter der Spülmaschine. Die ist jetzt gerade. Fuchsige Idee, oder? Einfach ein altes Buch raus, packt man drunter. Stellt euch mal vor, ich hätte einen Koran genommen. Koran aus dem Bücherregal und dann unter die Spülmaschine, damit die gerade ist. Spülmaschine ist ja nicht unrein. Im Gegenteil, die macht das ja sauber. Alle würden ausflippen, oder nicht? Kannst du doch nicht einen Koran für sowas nehmen. Ich meine, und natürlich kann man das nicht. Das ist ein Buch der Ehre, eine Religion Allahs. Das ist ein Wegweiser, deine Rechtleitung für dein Leben. Du kannst das nicht für so etwas benutzen. Und das ist richtig, da würden alle ausflippen. Was doch tausendmal schlimmer ist als das, wisst ihr was? Wenn du den Koran benutzt, so Konzepte wie Nasihah und etc. etc. Und es dient nur dazu, dein eigenes Ego zu befriedigen. Das ist noch schlimmer als sowas. Und das ist das, was man so oft da draußen beobachtet, nicht nur bei anderen. Immer daran denken, ich rede einzig und allein, von mir selbst. Ich habe es einmal selbst beobachtet. In den ganzen sozialen Netzwerken habe ich die letzten fünf Jahre so viele Diskussionen geführt. So viele Diskussionen. Ich wusste jedes Mal von Anfang an, es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Ich wusste das. Aber es ging ja nicht darum, dass was Gutes dabei herauskommt. Wisst ihr, was dabei herauskommen sollte? Das Ego sollte so werden. Du willst doch jemandem zeigen, dass du recht hast und er unrecht. Das ist alles, worum es ging. Und das kannst du immer machen. Es kommt nichts Gutes dabei raus. Du kannst nicht von Allah etwas dafür erwarten, aber das Ego wird bedient. Und das Schönste obendrauf, du kannst es als Religion verpacken. Das ist noch obendrauf. Dein eigenes Ego befriedigen und sich als religiös präsentieren. Schöner kann es doch überhaupt gar nicht werden, oder? Wehe jedem, der die Ehre eines anderen Menschen bricht. Jedem Einzelnen. Und das erste Wort Wehe, das heißt im Deutschen mal Wehe, das hat man vor 100 Jahren mal gesagt. Das gibt es heute nicht mehr. Das Wort Wehe ist ein Ausdruck, den verwendet man, wenn du die Hoffnung aufgegeben hast, dass jemand sich bessert. Du siehst etwas bei jemandem, das sagt man zum Beispiel zu einem Tyrannen. Du stehst vor einem Tyrannen, er tut dir Unrecht an und du kannst dich nicht dagegen wehren. Und dann sagt der Arawah, Wehe. Du gibst die Hoffnung auf, dass irgendwas Gutes bei ihm noch rauskommt und du wünschst ihm einfach seinen Untergang. Das ist ein Ausdruck dafür. Im Koran wird ja auch verwendet, wenn die Eltern Kinder sehen und die haben jede Hoffnung aufgegeben, dass sie irgendwann nochmal zur Religion finden. Wehe ist ein Ausdruck, wenn jemand so schlimm ist, dass du wirklich denkst, aus dem kann niemals mehr etwas Gutes herauskommen. Aber für wen verwendet Allah hier diesen Ausdruck, Wehe. Er verwendet ihn für den, der all diese Charaktereigenschaften hat, die ich gerade beschrieben habe. Der unterwegs ist und dessen Ziel es ist, die Persönlichkeit und Ehre der anderen zu brechen. Für den verwendet er Wehe. Wehe ist einmal Hoffnung ausgegeben und Wehe ist was Zweites, es ist ein Dua. Wehe sagst du zu jemandem, wenn du ihm den Untergang und die Zerstörung wünschst. Wehe ist eine Form von Dua. Aber wer macht hier Dua? Wir gehen manchmal untereinander rum und wir suchen uns gute Leute, weil wir glauben, wenn sie Dua machen, das wird von Allah akzeptiert. Und ja, das ist legitim auch, dass man jemanden bittet, für einen Dua zu machen. Und wir glauben, je näher jemand zu Allah ist, desto besser wird vielleicht sein Dua akzeptiert. Und noch obendrauf, es wäre das schön, wenn ein Engel für einen Dua machen würde, denn Engel sind noch näher bei Allah. Aber hier im Koran, derjenige, der diesen Dua macht, auch wenn Dua vielleicht nicht das passende Wort ist, es ist kein jemand, der Allah nahe steht, auch kein Engel, es ist Allah selbst, der den Untergang wünscht. Wehlu likulli humaza kilumaza. Das war das, was bei mir Klick gemacht hat. Allah ist derjenige, der den Untergang für denjenigen wünscht, der rumläuft und die Ehre eines anderen bricht. Und bei uns in der Religion gibt es ganz wenige Ausnahmefälle, wo man tatsächlich mal etwas sagen kann oder publiziert. Aber wenn eine Sache so hart von Allah bedroht wird, besser gibst du es komplett auf. Das war der Moment, wo ich mich komplett zurückgezogen habe. Ich wollte nichts mehr da draußen zu tun haben. Meine Frau, meine Kinder, meine paar Freunde, ich lebe schön zu Hause in meiner heilen Welt. Es hört ja hier nicht auf. Das war nur der erste Vers. Was passiert mit denen im Jenseits, wenn Allah einem den Untergang wünscht? Er wird in Al-Hutama geworfen. Al-Hutama ist einer der Bezeichnungen für Jahannam. Al-Hutama ist ein Name von Jahannam. Aber Al-Hutama kommt von Hotama. Das ist dieses, wenn im Herbst, wenn das Laub braun wird und das fällt runter und man tritt drauf und es zerbricht so. Das macht dieses Geräusch. Das ist Hotama. Hotama behandelt dich als Menschen so, wenn du da reingehst. Und La-Yumbadanda, du wirst reingeworfen, dieses Wort, es gibt viele Wörter im Arabischen für werfen, aber das ist ein Wort, wenn du etwas achtlos wegwirfst. Wenn du einen Schokoriegel kaufst und du machst das Papier weg und wirfst das so auf die Straße. Das ist es. La-Yumbadanda, er wird reingeworfen. Es wird ihm keine Beachtung geschenkt. Derjenige, der das macht. Und woher weißt du, was Al-Hutama wirklich ist? Allah fragt das. Woher weißt du, was Al-Hutama ist? Wie kannst du das wissen? Und der Vers, der hier nachkommt, ist nach einigen Gelehrten die härteste Beschreibung von Jahannam im ganzen Koran. Allah beschreibt Al-Hutama mit Nairullahil Muqadda. Allahs angezündetes Feuer. Und es ist die einzige Stelle im Koran, wo Allah Jahannam beschreibt als Allahs Feuer. Wart ihr schon mal nachts draußen, wenn der Himmel klar ist und habt mal rausgeschaut und habt euch vorgestellt, wie unendlich groß dieses Universum ist. Und du stehst da und denkst, mein Gott, derjenige, der das geschaffen hat, so ein gewaltiges Universum, was so perfekt funktioniert, wow! Aber derjenige, der das geschaffen hat, so ein gewaltiges Universum, wenn er sagt, er hat ein Feuer geschaffen, Allahs Feuer, wie gewaltig wird dieses Feuer sein? Und wenn du schaust, wie perfekt diese Schöpfung funktioniert, mit all ihren kleinen Gesetzen, wenn eins davon ausfallen würde, würde das ganze Universum zusammenbrechen. Wie perfekt würde wohl ein Feuer sein, was Allah für jemanden angezündet hält, der rumläuft und die Persönlichkeit und Ehre der anderen verletzt. Wie wird das sein? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalai wa lakum. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Tatsächlich waren all diese Dinge, die haben bei mir persönlich dazu geführt, dass ich mich überhaupt nicht mehr mit Fehlern beschäftige, die draußen umlaufen. Und ich empfehle es auch jedem. Aber wenn man so etwas beobachtet, vielleicht im Freundeskleis, bei Menschen, die einem persönlich bekannt sind, vielleicht auch nur in einer anderen Stadt und man möchte ihnen einen Rat geben, dann kann man selber erkennen, warum man das macht, ob man diese Absicht hat, die Ehre eines anderen zu verletzen oder ob man wirklich etwas Gutes für ihn möchte. Und es gibt Anzeichen dafür. Die erste Sache ist, du siehst etwas bei jemandem, das ist komisch, von dem du glaubst, das ist nicht richtig. Es spielt keine Rolle, ob das eine schräge Theorie ist oder ob es etwas in der Religion ist. Das erste, woran du erkennst, dass du eine aufrichtige Absicht hast und das Gute für ihn wünscht, ist, dass du ihn persönlich kontaktierst. Das meiste, was heute passiert ist, man schickt es anderen. Schaut mal hier, ich habe gesehen, habt ihr schon gehört und so weiter. Lass das. Der erste Weg ist immer zu ihm. Wenn der erste Weg zu jemandem anderen ist, du kannst dir sicher sein, deine Absicht ist nicht das Gute und du bist gefährlich nah daran, an dem, was Allah hier bedroht. Die zweite Sache, du verspürst keine Freude im Herzen, wenn du etwas Komisches siehst. Wir neigen heute dazu, wenn wir, wir haben vielleicht Leute, mit denen wir Meinungsverschiedenheiten haben. Wir mögen die gar nicht. Wir glauben sogar, dass die religiös gesehen auf einem völlig falschen Pferd sind. Aber wenn du etwas Komisches siehst, dann, und das betrifft jemanden, den man nicht mag, dann hat man manchmal diese Krankheit im Herzen, dass man sich darüber freut. Du freust dich jetzt, weil du einen Fehler bei ihm gefunden hast, den du publizieren kannst. Das alleine ist schon ein Zeichen von einer Krankheit. Wenn du etwas siehst, du musst traurig sein. Ernsthaft traurig. Nicht Trauer zeigen nach außen. Das ist egal. In deinem Herzen, wenn du es siehst, musst du traurig sein. Ich habe einmal bei mir auf der Facebook-Seite eine Geschichte von Abu Hanifa gepostet. Abu Hanifa war damals bekannt, dass er sehr viel mit anderen Gruppen Debatten hatte. Über bestimmte Streitthemen in der Achille. Und einmal, als er gesehen hat, dass sein Sohn das auch angefangen hat, hat er gesagt, mach das nicht. Debattier nicht mit den anderen. Und sein Sohn sagt ihm, aber du hast das doch selber gemacht. Und Abu Hanifa sagt ihm, ja, aber wenn wir das gemacht haben, wir saßen zusammen und wir hatten Angst, dass unser Gegenüber was Falsches sagt. Ihr macht das heute und ihr hofft, dass ihr diskutiert und der andere sagt einen Fehler, den ihr veröffentlicht könnt. Das war damals schon in der Zeit. Wie ist das erst heute? Die dritte Sache, wenn du jemandem einen Ratschlag geben willst, dann mach das auf eine schöne Art und Weise. Nicht dieses Sarkastische, was man heutzutage sieht. Nicht verletzend. Allah sah selbst Musa, als er ihn zum Pharao schickt. Sag zu ihm ein mildes Wort. Pharao, der größte Turan, aber Allah sagt ihm, sag was Sanftes zu ihm. Sag was Sanftes zu ihm. Und die vierte Sache, wenn du ihm etwas Gutes möchtest, du machst Dua im Herzen für ihn. Du machst Dua im Herzen. Dass wenn es wahr ist, was du sagst, dass er die Wahrheit annimmt. Und selbst wenn er sich ehrt, dass du hoffst, dass Allah ihn verzeiht. Du hoffst im Herzen, dass Allah ihn verzeiht. Und die letzte Sache, wenn ihr jemandem etwas Gutes wollt und ihr wollt ihm einen Ratschlag geben, dann versucht es so zu machen, dass ihr nicht als derjenige rüberkommt, der versucht einen anderen zu belehren. Ich habe in meiner Heimatstadt mal eine schöne Begebenheit gesehen. Wir standen im Gebet und es war das Gemeinschaftsgebet und jemand kam und hat einen Fehler gemacht. Er kam zum Gebet, hat sich angeschlossen und er hat etwas falsch gemacht. Und neben mir steht ein Bruder, der in der Moschee Vorträge macht. Er hat Wissen. Und er sieht diesen Fehler im Gebet von dem anderen. Er sieht das. Wir haben das beide gesehen aus dem Augenwinkel. Und dieser Bruder, der Maschallah wirklich Wissen hatte, nach dem Gebet will er den anderen darauf hinweisen, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber er sagt ihm nicht, du hast einen Fehler gemacht. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat ihn nach dieser Sache gefragt. Hör mal zu, Achhi, ich habe gerade gesehen, du bist später gekommen. Wie macht man das dann mit so und so? Und er hat ihn so gefragt, als wenn er keine Ahnung hat, was die Antwort auf die Frage ist. Und ich wusste, dass er die Antwort kennt, aber er hat es ihm gegenüber so getan, als wenn er die Antwort nicht kennt, als wenn er unwissend ist, als wenn er keinen Plan hat. Und der andere Bruder, der den Fehler gemacht hat, er gibt ihm die falsche Antwort. Und der Bruder sagt ihm nichts. Er wartet erst mal ab. Und später schlägt der Bruder, der den Fehler gemacht hat, vor, wir können auch den Scheich fragen. Und der andere Bruder, ja, das ist eine gute Idee, lass uns mal gucken, wer hat eine gute Antwort. Beide gehen zum Scheich, fragen ihn in dieser Angelegenheit und der Scheich korrigiert das. Und die Sache war erledigt. Und ich kenne den Bruder, der das korrigieren wollte, der daneben stand, der so getan hat, als wenn er die Antwort nicht kennt. Ich kenne ihn persönlich. Und ich habe gedacht, was ist los? Du kennst doch selber die Antwort. Ich habe die richtige Antwort schon von ihm gehört. Er wollte ihm gegenüber aber nicht so rüberkommen, als wenn er derjenige ist, der die richtige Antwort weiß. Und deswegen hat er eine Geschichte angefangen, in der Hoffnung, dass man irgendwie zu dem Scheich kommt, bei dem es okay ist, bei dem geht man davon aus, er kennt die richtige Antwort. Und es wird nichts in das Herz des anderen Bruders kommen. Es wird nichts in sein Herz kommen. Lasst die Herzen unter euch intakt. Ihr werdet so viele Dinge da draußen sehen. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, da quillt das Ganze über. Überall unter euch werdet ihr manchmal komische Sachen sehen. Hier in der Moschee, bei Brüdern, bei Schwestern, was auch immer. Wünscht das Gute vor euren anderen. Und wenn ihr überhaupt darüber nachdenkt, ihr wollt ihn zum Guten führen, dann macht das auf eine schöne Art und Weise. Möge Allah uns zu Vorbildern machen in dieser Religion. Und möge Allah uns zum Anlass machen, dass viele Menschen durch uns zum Guten kommen. Und möge Allah uns zum Menschen machen, ohne die Krankheit von Kippen und Arroganz und Ego in ihrem Herzen. Und dann Untertitelung des ZDF, 2020